ARD Text im Auftrag von Funk Das war 50 AP und Martin hat auch nochmal 10 AP gezogen Ich hab ihn nicht! Hinten steht noch ne A Und vorne steht ein F4 Haben wir gekauft, oder? Ja Der kommt, hey! Please block doch nicht zu der Hulenzone Egal, wer hat das gesagt, Alter Ich drehe mich so auf, schieße irgendwo ne Wand rein Wer hat das gesagt, Alter Egal, wer hat das gesagt? Guck mal, guck mal Guck mal Repair? Oh, Reaper kommt Vom, vom Boutzenboot Ja? Vom Boutzen Ihr blöden Hurenz Wer hat das gesagt? Liegt da irgendwo ne Deagle? Ich hab keine Ahnung Doch, ja, er hatte ne Deagle Ja! Ich hab die Deagle Kill ihn! Kill ihn! Kill ihn! Kill ihn, wir gott Deaglefreaks Oh! 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 Lord K got wrecked by, ähm Mann, er spielt nur P90! Du verfickter Hurensohn, Mann! Zwei mal Mitte, einer lang Eselkopf, Alter Hurensohn, Junge Ja, push mich mal Ne, wer ist das? Fisch dich, ist das? Ist das ein Pit? Ah! Ah! Ah, er war low Du low Ah, mein Kind Ah! Ah! Ja, guck dir den Fiestil an Ich bin low as fuck Ist mir egal, Mann! Was hast du jetzt schon wieder? Wer ist dir das kleine Kind? Du Opfer, Junge Was hast du jetzt schon wieder? Das ist doch nur ein Spiel Ja, was man gewinnen könnte Ich bin doch gestern Opfer Ja, was man gewinnen könnte Also wirklich, wie kann man noch mehr als ein Opfer sein, eben Ja, das frag dich Hä? Siehst du bist auch gleich beleidigt? Ja, weil du ein dummer Spassi bist Echt? Ja, das hast du ja schon vorher vor mir gehalten Was macht das jetzt für einen Unterschied? Du hast mich vorher schon so beleidigt Wenn du mich jetzt auch so beleidigt, macht das genau keinen Unterschied Ja Ist richtig Ja Don't you cry now Alter, halt doch bitte mal den Mund Und hör auf zu singen Nee, werde ich nicht tun Dann sing halt weiter, wenn's damit besser geht Wie geht's damit besser? Als ob du so eine Störung hast, dass du glaubst, dass du dann immer so Oh, sieht mich, Mann, ich bin beliebt Weil ich singen kann Nee, singen beruhigt nur Jo, wahrscheinlich Wahrscheinlich Und das macht glücklich Win Win Wo fun? I'm very funny my friends This is what you trade for ja ich weiß nicht er will wirklich neiten aber mann die kommen ja mit mp9 zufügel alter bauernkinder junge das die deutschen ich bin jetzt auf diät ne also auf riller diät oder nö ich esse einfach gar nichts mehr gerade im moment das ist gesund ja aber du weißt dass denn dein fett trotzdem so hässlich hängen bleibt wenn man das macht aber hä ne das stimmt gar nicht so ne digga bald bald sehe ich aus wie photoshop alter also so wie das desktop icon oder die anwendung dann ja hä natürlich wie desktop dings da nein 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 Alex hat den teammate umgebracht martin das hat jetzt gar nichts mit dir zu tun oh Alex hat mir kittet die teammate und so im sorry piece of shit shut up okay but please don't hurt me